Okay, mehr passiert wohl nicht. Hallo und herzlich willkommen in der Pummelrunde zu The Room. Hallo auch von mir, vom Hisho. Das ist so laut. Ist das so laut? Das ist tierisch laut. Das ist schon leiser gemacht. Ja. Ja, gut. So wird es wohl gehen. Ja, The Room ist ein Rätselspiel, ein kurzes. Und ich hatte Angst, das alleine zu spielen, weil ich manchmal ein bisschen blöd bin. Und deswegen wollte ich gerne, dass der Hisho mitspielt und mir hilft. Genau, damit wir gemeinsam blöd sind. Genau. Das wird ein Spaß. Genau. Fangen wir mal an. Neues Spiel. Lädt. Tutorial. Tutorial. Klicke, um zu beginnen. Wohin? Ich habe geklickt. Klicke und ziehe um die Maus, um dich umzusehen. Ja, funktioniert. Guck mal, wir sind in einem Raum und da ist ein Schrank. Toll. Wieso heißt das Spiel The Room? Das sieht aus wie The Schrank. Wir sind doch in einem Raum, oder nicht? Ja, das stimmt. Doppelklicke auf den Briefumschlag oben auf dem Safe, um ihn anzuservieren. Anzuservieren. Anzuvisieren. Ist das hier der Safe? Ja, ich glaube, das ist der Safe. Du hast Schrank gesagt. Schrank? Ja, ich wusste ja... Aha. Aha, einmal Brief rausschieben. Klick, um fortzufahren. Aber erstmal muss der Hesho vorlesen. Ja. Du bist hergekommen. Ich wusste, dass deine Neugier siegen würde. Die Antworten, die du suchst, befinden sich in dieser Kiste und etwas anderes auch. Monster. Etwas, von dem behauptet würde, es könnte niemals gebaut werden. Monster? Nein, Perpiduo Mobile. Nur diese eine Exemplar existiert, und es ist der Schlüssel zu unfassbarer Macht. Dieser Tresor soll es dem Zugriff von Kleingeistern entziehen. Du wirst seine Geheimnisse zweifelsohne lösen können. Du warst seit jeher der Klügere. Mit dem beiliegenden Schlüssel erhältst du mein Abschiedsgeschenk. Dieses Okular sollst du stets bei dir tragen. Ohne es bist du ebenso blind wie alle anderen. Ein Okular. Das sieht aus wie ein Schlüssel. A.S. Hier ist ein Auge da. Ah, ja, vielleicht das. Ja, gut. Ein Okular. Achso. Klicke um den Schlüssel. Einzusammeln. Klicke auf den Schlüssel, um ihn einzusammeln. Mit einem Tierbild. Ein kleiner Messingschlüssel mit einem Tierbild. Aha. Dreh den Deckel, um das Schlüsselloch auszurichten. Ah, ne. Bitteschön. Ziehe den Schlüssel auf das Schlüsselloch. Jetzt reden. Aha. Ja, hier so ein Ver... Da, hier... Blam. Blam. Da. Gehst du auf. Aha. Nimm das Okular. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich drängst, sterbe ich. Ein seltsames Okular haben wir. Du musst jetzt das... Du legst das Okular-Symbol, um das Okular zu benutzen. Ha. Es tut aber nichts. Vielleicht fehlt etwas? Was sagt die Notiz dazu? Wir sollen es füttern. Du musst das Okular erst wieder entfernen. Jetzt musst du die... Ach so, die müssen... Hä? Ja, haben wir doch. Ein Rätsel. Die Lösung muss hier irgendwo sein. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich drängst, sterbe ich. I. Ich eh. Ich eh. Ich eh. Ich eh. Äh, ach so. Rechtsklick, um rauszunehmen. Ah, ok. So. In the room is something... Irgendwo auf dem Tresor. Da ist noch was. Sollen wir das mal angucken? Kommt, was rauszieht? Nein. Kommt, was rauszieht? Auch nicht. Nur mit. Kommt, was das Buch... Hallo? Ein paar meiner verstaubten alten Bücher. Die werden mir hier wohl nicht helfen. Aha. Kannst du die weg tun? Natürlich nicht. So. Aber hier ist doch... Ah, hier ist ein Fragezeichen. Also, wenn wir nicht mehr wissen... Wahrscheinlich ist das die Tipps-Funktion. Ein paar meiner verstaubten... Ja, doch. Es soll auf dem Tisch liegen. Oh, oh. Ohne eine Linse ist es nur ein einfach so kulat. Ja. Ah, ok. Hätte doch gesagt hier oder nicht. Es ist auf... Auf dem Tresor oder nicht? Auf dem Tresor. Siehst du hier eine Linse? Ne, es ist... Das Rätsel des Rätsels Lösung muss auf dem Tresor liegen. Ach so. Also meinst du, die Linse an sich liegt eventuell woanders? Ja. Aber auf dem Tresor liegt nichts außer Bücher. Hier können wir aber nichts sonst anwählen. Ok, wir nutzen ein... Was ist das? Das könnte ich eventuell losschrauben, wenn ich irgendein Werkzeug hätte. Alles klar. The world we... Guaranteed thief and fireproof. Also garantiert Diebes und Feuer gesichert. Ok. Ne, aber es muss doch. Ok. Können wir nicht hier drunter gucken oder das hier? Oder können wir es wieder zumachen? Ganz zu. Ne, ganz zu kriegen wir es nicht. Hier drunter liegt auch nichts. Wenn du mich fütterst, so nährt es mich. Sollen wir hier so? Wenn du mich drängst, so sterbe ich. Kannst du dich auch irgendwo anders hingucken? Nö. Was ist denn da oben rechts in der Ecke? Die zwei. Das da? Ah, das ist... Tada! Das ist ein Tausendsymbol. Ah, ok. Ja, sehr innovativ. Aha. Hier können wir auch so noch nichts machen. Ok. Wir brauchen eine Linse. Nutze einmal den Tipp, sonst... Ich würde ganz gerne wissen, was da... Vielleicht finde ich hier ein Symbol, das zum Rätsel passt. Ein Symbol? Das wäre doch dies. Achso, warte. Füttern und... Nö. Das ergibt für mich keinen Sinn. Für dich? Äh, ne. Nicht unbedingt. Vor allen Dingen nicht, weil es auf dem Schrank sein soll. Wenn du mich... Warte. Mal nochmal auf. Wenn du mich fütterst. Was? Bücher? Briefe? Im Briefumschlag vielleicht ist da was drin. Ein Symbol. Die Rose da auf dem... Das da? Ne, das ist keine Rose. Nö. Ja. Guck mal. Wir sind schon zusammen. Ja. Ähm. Was ist denn der zweite Tür? Oben ist es nicht. Vielleicht weiter unten. Ja. Haben wir doch gerade geguckt, oder nicht? Weiter unten. Hier ist nicht so viel. Ach so. Moment. Was ist denn da auf dem... Erde, Feuer? Feuer, Erde, Wasser, Luft. Die vier Elemente. Wenn du mich fütterst... Wenn du mich drängst... Du fütterst ein Feuer mit Holz. Du musst das Symbol für Feuer. Ja. So. Holz füttert es, aber Wasser löscht es. Ich sollte es wohl mal mit drücken versuchen. Ah. Ein merkwürdiger alter Schlüssel. Ja, das ist doch schön. Ah, okay. Das ist aber keine Linse. Mit diesem Schlüssel ist etwas recht ungewöhnlich. Ich sollte ihn mir genau anschauen. Ja, dann tu das doch. Ach, ne. Ich kann das Ende offenbar drehen und die Form des Schlüssels ändern. Nein, was für ein geiles Rätsel. Ach, Spiel. Das heißt, dieser Schlüssel passt dadurch, dass du ihn drehst und wendest in mehrere Löcher. So, jetzt müssen wir erstmal... Um es mir jetzt gerade anzugucken. Ich glaube, du kannst ihn zweimal drehen oder so. Jetzt guck mal, ob wir irgendwo ein Schlüsselloch haben. Ich glaube, ganz vorne ist... Hier sind doch welche oder nicht? Das sind Schlüssellocher? Nicht. Ne, guck mal das an. Guck mal das... Ah, da passt doch der Schlüssel rein. Und zwar so, dass es... Ja, das scheint gut zu sein. Kannst du ihn irgendwie drehen und dann verwenden? Ah, und drehen. Ja, nee. Ja, fein. So. Und jetzt? Äh. Oh, oh. Die scheinen sich zu drehen, aber es gibt keine Markierungen, die die richtige Position anzeigen. Ich muss wohl woanders nachsehen. Okay. Kannst du das Okular jetzt verwenden? Es hat doch immer noch keine Linse. Ja, aber es vergrößert trotzdem. Hier wird auch irgendwie... Meinst du, man kann ihn als Schraubenzieher benutzen? Nee, eher weniger. Aber gehen wir mal an die Seite. Da, guck mal. Ah. Inventarobjekt. Eine gravierte Metallplatte scheint, als ließe sich das Ende als Schraubenschlüssel verwenden. Ah, okay. Das hier ist... Ja, da war es aufgehängt dran. Ja, hat ja sein können, dass man das auch noch nehmen kann. Äh, äh. Ja. Äh, boah, damit würde ich nie eine Schraube aufkriegen. Ah, da ist die Linse. Eine Linse. Sie sieht aus, als würde sie in das Okular passen. Ja, das ist doch super. So. Oh, oh, Backe. Ich habe keine Lust mehr. Oh. Was zur Hölle ist hier los? Holy fucking shit. Wow. Alles in diesem Raum hat seinen Sinn und Zweck. Das ist schon mal ziemlich cool. Das finde ich persönlich super. So, jetzt da unten haben wir... Ich bin gerade schon völlig überfordert. Ja, da, das ist des Rätsels Lösung wahrscheinlich für vorne. Äh, guck dir mal vorne die Metallplatte an. Wo-oh. Ja, jetzt, äh, dann gibt es Sinn, dass Sie hier das drehen. Ja. Äh, ich... Außen oder innen? Ähm. Ja, innen kann man nicht drehen. Das ist eine sehr gute Frage. Innen kann man doch nicht drehen, habe ich. Ach du, innen drin kannst du überhaupt nicht drehen. So. Ach, ein, äh... Äh, hä? Du musst unten hin. Ach so. Oh. Oh. Ich komme mir gerade vor wie bei, ähm... Kennt ihr den Film Hellraiser? Ich fühle mich wie, wie... Weiß ich auch nicht mehr. Also hier Clive Barker und so weiter. Ich glaube Hellraiser... Ja, Hellraiser war das mit der Puzzlebox. Wow. Zieh mal eine an, das sollte ich rausholen und mir genauer anschauen. Äh... Kapitel abgeschlossen. Schöner Fortschritt, aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Habe ich gehofft. Nee, ja, ha, ha, Spielfortsätze. Spielfortsätze. Klett. Ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, das hat... Fünf Kapitel? Vier? Fünf? Ich weiß nicht so genau. Toll, wir sind jetzt in einem anderen Raum. Das ist jetzt Raum zwei. Ja. Das ist der zweite Raum. Diese drei Siegel verwehren mir den Zugriff auf den Inhalt dieser Kiste. Aha. Es gibt aber noch The Room Two. Ja. Also gibt es den Raum zwei wirklich? So, fest verschlossen. Das muss eine... Dann sagt die nicht. Nee. Ist das aber eine Frau? Keine Ahnung. Das ist ja egal. Das hilft so überhaupt nicht. Endlich sind wir mal nicht die weibliche Protagonistin. Wir gucken uns das erstmal an. Hier ist ein Auge und da unten ist ein Auge. So. 8, 1, 9, 8. Okay, das ist irgendein Zahlencode. Den lassen wir gerade nochmal unangetastet. Wir gucken einmal... Warte, ich habe hier gar nicht mit... Ach nee, wie... Ach, der lieber Gott. Äh... Ach, wie geil. So? Also einer ist auf jeden Fall fünf. 0, 2. Ach, mehrere oder wie? Fünf? Boah, was? Nee, nur die zwei und die sieben. Warte, wir schreiben auf. Wir müssen aufschreiben. Hier ist kein Platz mehr. So, 5, 2, 7. Ja. Weiter nach unten kann die nicht. Ja, zieh mal jetzt nach links ganz langsam. Da, 0. Das ist eine 0. Wo soll eine 0 sein, das hier? Nee, unten. Also die Zahlen geben die Zahlen an, die da eingefügt werden müssen. Ja, ja, aber... Deswegen glaube ich auch nicht, dass es die... Also das da ist die 7. Und wenn wir von unten gucken... Da? Eine 3? Guck mal. Nee. Nee, wir müssen ja... Oben haben wir ja schon die 2. Rechts haben wir die 7. Ich kann aber nicht weiter runter. Aber ich weiß, deswegen zieh mal ein bisschen so weit darüber. Nee. Dann würde mir nur 1... Nee. Nö. Nee. Machen wir einfach mal 5... Könnte das eine 4 sein? Nee, aber wir machen 5, 2, 7. Und die untere Zahl ist ja dann nur noch eine. Ja, schon, aber... Wo fangen wir an? Achso! Ja! Achso, achso. 5. Achso, ich muss gar nicht immer loslassen. 7. Drück mal immer innen auf den Sternen nochmal. Tada! Ich habe nicht auf den... Stern gedrückt. Wow! Schönen guten Tag! Ah! AS! 11. Februar. Meine Forschungen kommen nur langsam voran. Mit diesen stümperhaften Geräten kann ich kaum etwas erkennen. Aber da ist etwas. Zwischen Erde und Feuer, zwischen Wasser und Luft. Sehen kann ich es nicht, aber ich erkenne, dass es da ist, wie der Schatten eines Objekts ohne Materie, der doch Gestalt und Form des Objekts verrät, das ihn wirft. Es ist das letzte Element, das Null-Element. Es verleiht allem anderen Inhalt, so wie alle Zahlen der Welt bedeutungslos wären, wenn es keine Null gäbe. Die Gesellschaft besteht aus kleinlichen Narren, verblendet von dunklen Künsten und Gier. Alchemie ist nicht die Jagd nach purem Gold, sondern die Jagd hier nach. Also man muss dazu sagen, dass die Null gar nicht mal so alt ist. Da steht eins von sieben. Ja. Also die Null ist ja eigentlich auch eher so eine fast schon moderne Erfindung, menschheitsgeschichtlich gesehen. Okula. Okula. Ich dachte, das würde vielleicht... Gut, dann gucken wir mal weiter, was es hier noch so gibt. Oh, guck mal, da ist noch ein Schalter da an der Seite. Das da? Ja, was ist das? Kannst du an ihm... Es riecht verbrannt. Also irgendwas mal vorher Streichhölz oder so vielleicht finden. So, hier ist nichts damit. Ah, aber bei der nächsten Seite, da ist irgendwas blau. Erstmal so gucken. Ah, ja. Ne, hier. So, was ist da? Ranzoomen. Toll. Oh. Ah, ein Buch. Inventarobjekt gefunden. Ein altes, ledergebundenes Buch. Der Buchdeckel wirkt sehr verziert. Er wirkt sehr verziert? Er wirkt verziert. Das ist nicht wirklich... Ah, ok. Ok. Ah, ich verstehe. So, jetzt einmal so. Das freut mich. Ja, du musst jetzt einmal den mittleren Teil drehen. Und jetzt musst du das drehen und dann geht's auf. War das nicht gerade auch der 11. Februar? Das ist genau dasselbe. Ja, ok. Ein Schlüssel. Scheint, als wäre er zum Aufziehen eines Uhrwerks. Ah, ja gut, ok. Irgendwo haben wir nämlich hier so ein... Ich glaube, hier kannst du wieder... Ich wollte mir das Buch aber auch fertig angucken. Oh, ich finde das super. Können wir das mal basteln? Guck mal hier mit Schräubchen dran. Ja, das kannst du selber machen. Habe ich auf Pinterest Anleitungen gesehen, wie man so selber solche Bücher herstellt. Wir sollten das mal machen. Ja. Hier mit Holz und so. Macht mal ein Tutorial draus, ne? Werden wir noch zu einem Do-It-Yourself-Kanal. Ich glaube, das könnte da reinpassen, der Schlüssel. Kommen Sie da nicht hin? Dann? Nee. Dann? Eine runde Aussparung scheint mit dem Mechanismus im Inneren verbunden zu sein. Ja, ok. Dann vielleicht doch noch nicht hier. Vielleicht später. Da ist noch ein Eingang. Eingang? Da haben wir noch keinen Plan. Dann können wir aber Dinge tun. Genau. Ach, guck mal da. Stern. Eine sternförmige Aussparung. So, nee, äh, guck mal. An den seitlichen, an dem seitlichen Holz. Moment, gehen wir mal wieder da. An dem seitlichen Holz? Da, an der Seite. An den Knöpfen. Wieder zurück, ein bisschen. Links, links drehen, links drehen. Da ist links. Ja, du sollst das Ding nach links drehen. Ach so. Da ist noch eine Aussparung. Unten, ach, das sind die Elemente. Guck mal. Unten rechts kommt das Symbol hin. Ich versuche das mal. Du kannst das Symbol auch direkt auswählen, weil du bist gerade bei den Knöpfen. So. Ja, nee, nee. Das. So, oben an der Spitze ist auch noch einmal. Dann verbrauchen wir aber das nicht, ne? Nee, das nervt nur. So, irgendwo war doch noch eins. So, irgend... Da, da. Das ist so eine Art Kreis. Das könnte so ein F sein. Weißt du, so die Nichtzeichensprache. Wie heißt das? Die Prail? Nein, Pronunciation. Pronunziation. So ein F. Weißt du, wo du die Zunge so... Ach. Da oben, all den Gau... So, so F. F. So. Irgendwo muss hier noch eins sein. Nee, gerade sehe ich noch keins. Oh. Ach so. Ah, gut, okay. Damit machen wir Funken und wenn das Gas angeschaltet ist, kommt dann eine Flamme raus und die erhitzt irgendwas und dann sehen wir vielleicht oben drüber irgendwas. Oben auch? Was ist das? Nee, wahrscheinlich wird dann von innen das sichtbar und dann... Ach so, und dann ist da so ein... Genau. Genau.